Hallo und guten Tag zur nächsten Folge von Chef bei Koch. Es freut mich, dass Sie auch heute mit dabei sind. Ich soll mich ein bisschen beeilen und etwas schneller reden, weil Zeit ist Geld und länger als eine Minute sollte es nicht sein. Also fasse ich mich kurz. Thema heute Transparenz. Warum machen wir das alles? Wir möchten, dass Sie Bescheid wissen, was hier im Fabrikle so vor sich geht. Gerne sind Sie eingeladen auch mal zu uns zu kommen, um sich das vor Ort anzuschauen. Transparenz ist auch ein großes Thema in Sachen Antikorruption. Die Sensibilität, sich nicht von Korruption in irgendeiner Form beeinflussen zu lassen, ist eine der Motivationen, weshalb wir Mitglied, kooperatives Unternehmensmitglied bei Transparency International sind. Das sind nicht einmal 30 Industrieunternehmen. Also es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen und mal zu gucken, was Transparency eigentlich heißt. Schauen Sie nach auf der Homepage Transparency Deutschland. Ganz einfach zu finden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Koch